Willkommen zu einer neuen Session von Tugtales Remastered. Wir haben jetzt doch noch ein Level vor uns. Berg Vesuv, das wird aber wahrscheinlich der letzte sein. So, die Filmsequenzen kannten wir schon alle. Okay, ein geradliniger Weg. Ja! Okay, das scheint wieder ein geheimen Robben zu sein. Oder auch nicht. Na, klasse, jetzt komme ich da nicht mehr ran. Ah! Naim! Ich dachte, das geht dann auch noch durch. Ah, shit. Na, klasse. Oh, sehr gut. Das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Volles Leben wieder. Ah! Ah! Ah, da kommt wieder was raus. Nein! Und nun? Toll, die kommen nicht mal wieder irgendwann. Boah! 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 Pogo ohne Ende. Äh, wie Sie es sehen, sehen Sie nicht viel. Ach, da hinten ist er ja. Ich muss unten um mal gucken, ob da irgendwas ist. Okay, da hinten ist er. Oh. Oh. Boah. Mh. Okay. Ups! Oh, da kommen wir gleich in die Richtung, ok? Sie kommen drüber! Es ist eine Dämmel, die Größe von... Mrs. Beakley! Ja, das wird ja interessant. Wo gehst du, du alten Kugelstabler? Ich helfe dir, wie du hast. Hör auf die Bewege. Okay, im Wald ist es nicht mehr. Hör auf den Kugelstabler. Ah, verdammt. Das war knapp. Ähm... Nein, ich hätte... Nee, das ist ein Alter, ein Tiefweg. Aber ich hätte vorhin vor den Schatzen darauf machen sollen. Äh... Blast! Ist es kein Ende dieser Wahnsinn? Ach, das war schlau. Kann ja keiner ahnen. Gut, das war knapp. Das war knapp. Feuer! Ach, es ist kein Jeffen. Feuer! Oh, es sah so aus, als ob ich da rechts auch noch lang käme. Ups, nicht gesehen. Leck mich doch. Das auch noch. Das wird ja schon mein Lieblingsabschnitt. Wo ist eigentlich Frieda? Auf zum Bosskampf. Das hat dich lange genug gemacht. Was ist das? Goldbricks in deinem Kaboos? Oh, shut your beak! Du bist nicht mehr als junger selbst, du Windbag. Hush! Magicka weiß noch nicht, dass wir hier sind. Wir wollen nicht verlieren den Element der Überraschung. So... Du hast entschieden, die Dime zu verdienen. After all... Release meine nephews, du schädelst. Oh, nicht bis du mir die Dime zu zeigen. Hier ist es. Jetzt, die Jungs... Was? Es ist toll, mit dir zu tun, Scrooge. Du, auch. Du bist in den Kahoots aus dem Beginn. Nein, sogar vor Beginn. Do you remember who sold your painting in first place? T'was me in disguise, you fool. Why, you... No wonder it was such a bargain. $5 painting for you saved expensive treasure-hunting expedition for me. And now, at long last, I am ready to use treasures to complete spells. Enough with the smoke and mirrors routine. You've got my dime. Now release the lads. Oh, boo-hoo. No time for buyer's remorse from old has-been. Better to stick with master plan. Is much more exciting. I now summon Dracula Duck. Behold! Dracula Duck. I, Magical Dispel, have summoned you to do my bidding. You must obey my will and mine alone. And my will is that you destroy this meddling old fool. On the way, it's next. Nice job. . Now release the blood pressure man uses… I just need to catch them miche and climb. Go, you, remember the captain's손. En school ended it size-brainer,신 verde You must not let me run the coup of 지원 on me. I'm 입 in a third place. Jetzt! Der Koffer ist schlecht, als er seine Beine! Wie kann man ihn? Ich bin Magno! Äh, interessant. Viel Zeit hat man aber nicht, ey. Nein, 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 der Plan muss nicht verfolgen. Äh, was? Wie soll ich das schaffen? Achso, ich kann mich ja dupen. Ich bin ja doof. Nein. Viermal. Scheiße. ... Ich werde meine Glückwunsch haben! Stopp, ein Mann wie ein Mann! Ja. Stimmt, da war ja noch was. Okay, ich würde sagen, hier geht's dann. In der nächsten Folge wieder weiter. Spitz bedanke mich. Bis dir näher.